Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Ich dachte mir, nach den ganzen technischen Dingen, die ich jetzt gemacht habe und die ganzen Automatisierungen und so, könnte ich mich vielleicht endlich mal um das hier kümmern. Mein Bienenlabor. Ich habe zwar fast alle Bienenspezies, aber noch nicht ganz alle. Und das heißt, ich will hier immer noch mal so ein bisschen arbeiten und ein bisschen Bienen züchten und irgendwann auch mal ein bisschen Bäume züchten, wenn wir uns entschlossen haben. Auf Forestry 4 abzudaten und naja, in der Zwischenzeit musste ich so ein paar Rejuvenating machen, die dann dafür gesorgt haben, dass das hier alles wie Kraut und Rüben durcheinander steht. Das sieht so ein bisschen aus wie geöffnete Kisten und dann was anderes vorgehabt. Und das war es ja letztendlich auch, was ich gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, wie viel ich davon gezeigt habe. Ich habe hier, das kann man jetzt sehen, weil ich den Konduri in der Hand habe, wenn ich so mache. Ja, dauert einen kleinen Moment, aber dann geht es auch. Dann sieht das aus wie Gras. Schön die Leitung versteckt. Die sieht kein Mensch. Das finde ich ganz nett, dass das hier dann so eine ebene, einfarbige, naja nicht einfarbig, aber so eine homogene Fläche hier auf dem Balkon bildet. Und ich habe hier die, das sind alles Microblocks, Posts und die sind einen Block höher. Das heißt, das hier zählt als ein Einviertelblock. Und das bedeutet, ich kann hier nicht drüber laufen, auch mit meinem Gürtel nicht, so wie hier, und darunter fallen. Und ja, das sieht eigentlich schon ganz schick aus. Was überhaupt nicht schick aussieht, ist das hier drin. Und da will ich mich heute mal ein bisschen drum kümmern. Meine Idee war, dass hier die zwei Durchgänge, die sollen bleiben. Da kommen jetzt gleich Türen rein. Und dann soll hier eigentlich bis hier rüber das auch als Durchgang bleiben. Hier draußen mache ich eventuell noch einen Balkon dran für die Bäume. Und hier zwischen sollen dann die ganzen Maschinen stehen. Und da fangen wir, glaube ich, dann mal hier in der Mitte damit an. Da stellen wir die Wichtigsten hin. Das sind die hier. Das ist der Imprinter. Da ist wahrscheinlich sogar noch was drin. Ja, das kann aber drin bleiben. Schwupp. Denn das behält der. Wenn ich jetzt den hier, da steht zwei Items drin. Und die Energie behält er auch. Das ist sehr praktisch. Und den Transposer und den Sampler. Die nehmen wir jetzt mal mit. Den Sampler werde ich wahrscheinlich nicht mehr so oft brauchen. Denn da habe ich schon so ziemlich alles an Samples rausgezogen. Jetzt können wir eigentlich hier, wenn ich das so mache, können wir die eigentlich wieder rausnehmen. Und dann habe ich hier den, da, Marvel Blocks. Damit kann ich die dann hier wieder zumachen. Dann machen wir hier nämlich keine Mehrfachverbindung. Und dann, die eventuell, da ist die, müssen wir den Block hier nehmen, die dann eventuell beim Pathfinding unheimlich viel Zeit brauchen, weil es mehrere gleich lange kürzeste Wege gibt. Und darauf stellen wir Conduit Fassaden. Und die habe ich hier schon mit Bookshelves angemalt. Ich habe mir auch die Painting Maschinen dann hier mal nach oben geholt. Und jetzt kann ich hier aber nicht so genau sehen, welche welche sind. Und außerdem geht mir schon wieder der Inventarplatz aus. So, machen wir mal so. Und dann stellen wir das ein da hin. Den vielleicht lieber in die Mitte. So. Und so. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Da kommt jetzt mein, den habe ich im Inventar, den habe ich schon abgebaut. Da kommt jetzt als erstes mein Imprinter drauf. Und den stelle ich hier links auf die Ecke. Denn das ist der, den ich auch am meisten benutze, um den Bienen neue Genetik beizubringen. Und mit diesen versteckten Conduits, finde ich, sieht das eigentlich auch ganz nett aus dann. Und dann Sampler und so weiter habe ich doch auch schon abgebaut, oder? Ja, natürlich habe ich das. Dann kommen hier direkt daneben einmal der Transposer, mit dem man Genetik verdoppeln kann. Und einmal der Sampler, mit dem man sie rausholen kann. Also in diesem Transposer kann man die einzelnen Samples und die fertigen Templates, die man gemacht hat, hier oben reinlegen. Und kann dann hier ein leeres Sample oder Template reinlegen. Und das dann mit der Information beschreiben, die hier oben in dem drin ist. Und hier ist noch ein Platz frei. Da kommt der Ofen hin. Denn da. Damit kriegt man die Samples wieder leer. Wenn man da was drin hat, was einen nicht interessiert, dann kann man die einfach hier in diesen Ofen legen. Und die dann sauber brennen. Und der soll natürlich nirgendwo hin was rausrücken. Das brauchen wir nicht. Das ist ein Resonant. Habe ich hier schon Augments reingepackt? Habe ich nicht. Die können wir uns dann mal eben hier schnell holen. Das heißt, vielleicht habe ich sogar noch welche. Wo ist meine Tasche? Da. Schauen wir mal in der Thermal Foundation Tasche. Da ist sie. Da sind eventuell schon die Augments drin, um den ganz fürchterlich schnell zu machen. Der ist für Dynamos. Nein, da ist keins dabei. Dann gucken wir mal hier eben rein. Haben wir die hier. Das ist auch alles nur Dynamo. Die brauchen wir hier. Einmal den. Und einmal den. Das kommt genau hin mit meinem Platz im Inventar. Als hätte ich es geplant. Und ich habe tatsächlich sogar genügend Reception Coils im AI System. Ich bin stolz auf mich. Und dann packen wir die hier rein. Dann ist der auch fein schnell. Und jetzt rechnet es da draußen wieder. Und dann machen wir ganz fix von unten die Fassaden drunter. Vier Stück brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Da, Marble Block. Das hätten wir gerne. Vier Fassaden. Damit das dann von unten A4. Auch besser aussieht. Und Fug. Ich brauche eigentlich nur zwei. Warum ist hier jetzt noch eine drin? Okay, das war ein Rendering Fehler. Das war ein Darstellungsfehler. Manchmal ist Minecraft ein bisschen verwirrt, was die Menge an Dingen in den Inventaren und so weiter angeht. Und gut, weiter im Text. Dann haben wir hier zwei Blöcke weit. Dann brauche ich doch mehr als vier. Zwei Blöcke weit den Durchgang. Und dann nehmen wir mal eben einen kleinen Snack zwischendurch. Dann brauchen wir nämlich noch mehr von diesen Fassaden. Und zwar von denen mit dem Marble Block. Zwei Stück bitte. Und damit können wir dann den anderen Durchgang hier pflastern. So. Sehr schön. Man sieht keine Anschlussleitungen. Und das sieht so ein bisschen aus wie Arbeitstische. Das sieht jetzt gleich ein bisschen mehr aus wie Arbeitstische. Da habe ich nämlich ja schon mal diese Dinger hier vorbereitet. So. Die machen wir hier so drum. Der, doch, der sitzt an der richtigen Stelle. Und hier und hier hinten. Und dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre das eine Tischplatte. Und damit das noch ein bisschen mehr aussieht wie eine Tischplatte, verpassen wir dem hier auch noch Tischbeine. Auf welcher Seite verpassen wir ihm die? Eigentlich so. Am besten. Ah. Ja. Das sieht am besten aus. Und einmal hier. Und hier an den Ecken auch nochmal. Und da. Und dann haben wir einen feinmetalligen, labormäßigen Arbeitstisch. Und dann gefällt mir das so. Ich glaube, das gefällt mir so. Da kommt man schön von allen Seiten dran. Dann machen wir hier mindestens zwei Blöcke. Wenn ich dann hier den Pfosten hinstelle für den nächsten Arbeitstisch. Ja, da kann man ganz gut durchgehen. Dann machen wir hier gleich mal den Boden auf und legen da auch den Energy Convy durch. Dann können wir hier nämlich die, da ist er, die nächste Reihe Maschinen anbauen. Na, komm schon. So. Einmal bis zum, das dauert jetzt ein bisschen, bis Minecraft mir zeigt, dass da tatsächlich auch ein Convy drin ist. Das riechnet es noch. Ja, es riechnet noch. Regen ist immer irgendwie ein bisschen laggy. Ah, da habe ich schon welche drauf. Hm. Dann, das ist Unfug, was ich hier mache. Die können ja schon mal raus. Denn hier wollen wir ja auch einen Tisch hinstellen. Und jetzt ist mein Inventar voll. Ich kann irgendwas nicht aufnehmen. Doch, ich kann das aufnehmen. Warum willst du denn nicht so besser? Kommst du jetzt da durchgeflutscht? Hm. Ich habe den, glaube ich, gerade aufgenommen. So. Den machen wir hier zu. Und du bist ja völlig in der falschen Richtung. Und dann, da ist er. Verbinden wir das eben nochmal wieder zu dem anderen. Dann können wir nochmal vier von diesen Fassaden machen. Eins, zwei, drei, vier. Dankeschön. Und schon mal den Weg hier pflastern. Da wollen wir einen Durchgang haben. Dann haben wir hier die nächste Reihe an Geräten. Da können wir wieder unsere, das war die, habe ich außen genommen, ja? Nein, das sind völlig andere. Okay, das macht aber nichts. Die können wir, da können wir durchaus gerne ein bisschen abwechseln. Wechseln. So. Den haben wir da außen und den haben wir da außen. Dann machen wir das hier auch so rum. Die müsste ich jetzt mit der Axt. Diese Fassaden übernehmen die Eigenschaft des Blockes, mit dem sie angemalt werden. Das heißt, wenn der Block, den ich da ursprünglich benutzt habe, um die anzumalen, mit einer Axt am effizientesten abgebaut wird, dann ist das bei den Blöcken auch so. Mit einer Axt. Du stehst völlig falsch da. War eigentlich klar, dass mir sowas passiert. Da kommt jetzt drauf, was haben wir denn noch so an Gerätschaften? Wir haben hier Mutatron und Mutagenproducer. Die kommen da drauf. Und schwupp und schwupp. Die brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal. Und wie will ich die aufbauen? Was bist du jetzt? Du bist das Mutatron. Das stellen wir mal dahin. Und den Mutagenproducer, den könnte ich direkt daneben stellen und dann würde der... Ups. Ah ja. Fein. Man kann über die Tischkante hier oben drauf klettern. Das ist ja auch nicht schlecht. Wenn ich den Mutagenproducer direkt neben das Mutatron stelle, dann würde der automatisch das da rüberschieben. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will das nämlich ein bisschen hübsch machen. Ein bisschen optisch aufwendiger gestalten und deswegen kriegen die hier Liquid Translocators. Das ist mal was anderes als immer die ganzen Pipes. Einen da hin, einen da hin. Und den stellen wir auf... Da muss ich den wahrscheinlich weglegen. Den stellen wir auf Eingang. So. Dann beamt er das da rüber. Das können wir auch gleich mal eben. Da ist kein Mutagen drin. Und da ist auch kein Mutagen drin. Das können wir ausprobieren. Nehmen wir uns ein bisschen Gelorium. Einmal so. Und stecken das hier rein. Nehmen wir um einen halben Stack. Das sollte erstmal reichen. Und dann dauert es einen Moment. Können wir gleich mal gucken. Ich hoffe, das gibt den Effekt, den ich mir davon erhoffe. Natürlich hoffe ich, dass das passiert, was ich erhoffe. Und zwar die Item Translocator. Die habe ich ja schon mal gezeigt. Die spucken dann so die da. Das sieht sogar noch besser aus, als ich gehofft hatte. Ich dachte, das wäre ein fester Strahl. Aber es ist tatsächlich so eine Schlangenlinie an. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Und dann müssen hier natürlich auch die Strips dran. für den Labortisch. So. Einen hier oben. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich da... Wo jetzt der Trans... Na, komm her. Oh, das war einer zu viel. Ah. Mit der Spitzhacke ging der viel schneller ab. So. Du gehst wieder dahin. Und da... Microblocks setzen ist ein Geduldsspiel. Da muss man immer sehr genau zielen. Und, ähm... Ich habe ein bisschen an der Außenarchitektur, vielmehr an der Form vom dunklen Turm gearbeitet. Jetzt, äh... Und, äh... Muss sagen, so im Nachhinein, äh... Das muss den Deletor wahnsinnig gemacht haben. Da die Hohlkehle zu machen mit den ganzen Microblocks und, äh... Alles in Schwarz, das, äh... Hm... Also Hut ab. So. Schauen wir mal, ob wir das da drauf kriegen. Ja, damit könnte man leben. Und da geht keins rein. Geht da ein Teppich drauf. Nehmen wir uns mal ein bisschen Wolle. Und machen... Machen wir mal hellgrau. Das sieht so ein bisschen aus wie Silber-Edelstahl. Kriegen wir hier einen Teppich oben drauf. Kriegen wir natürlich nicht. Hm. 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 Gut, da muss ich dann nochmal schwer drüber nachdenken, ob mir das so gefällt. Das hier ist mir eigentlich ein bisschen zu dick. Das sieht besser aus, so. Ja. Ja, das können wir so lassen. Dann, äh... Haben wir noch ein paar Geräte. Ein paar mehr. Wir haben die hier noch. Protein Liquifier Genetic Replicator. Und dazu gehört auch noch der da hinten in der Ecke. Und da... Ah, ich muss Zeugs weglegen. Das geht so nicht weiter. Da machen wir was ähnliches wie jetzt mit... Was brauche ich denn nicht? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ah, die brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Und der kann mal da hin. Den, äh, benutze ich um meine ganzen überschüssigen Drohnen. Wenn ich so neue Spezies mache oder so, dann hat man ja immer mal Hybride dabei. Und wenn ich die vermehre und so weiter, da mache ich da natürlich dann einfach genetische, äh, extrahierte Liquid DNA. So, extrahierte DNA mache ich da draus. Und die braucht, äh, kann man in diesem Replicator benutzen, um daraus dann andere Spezies, andere, ähm, nicht Spezies, andere Individuen zu machen, neue Individuen zu kreieren. Damit kann man dann halt Bienen machen und, äh, Bäume und, äh, an und für sich auch Schmetterlinge. Aber ich glaube, das Ganze, das ziehe ich einfach gar nicht so weit hier. Doch, das ziehe ich so weit. Da will ich nämlich eventuell auf der anderen Seite die ME-Drives hinstellen. Ähm, mit dem Replicator kann man halt sich so Templates zurecht machen. Dann kann man dann, wenn man alle Allele, alle 13, sind es bei Bienen und ich glaube bei Bäumen auch, wobei viele von den Baumallelen überhaupt keinen Effekt haben. Und damit kann man dann, aha, direkt, hm, jetzt überlege ich, das funktioniert. Das müssen wir, das können wir nicht mit den Translocatern machen hier. Hm, ich dachte, ich baue die, das, was ich vorhatte. Ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausense. Ähm, ja, mit dem, mit dem Replicator kann man, wie gesagt, neue Bienen kreieren, neue Baumsetzlinge kreieren und so weiter. Und ich dachte mir, der braucht dafür DNA aus dem DNA Extractor und der braucht dafür flüssiges Protein aus dem Protein Liquifier. Und doch, das können wir doch machen. Ha, ich hatte eigentlich vor, den Liquifier hier hinzustellen und den DNA Extractor hier hinzustellen und dann hier einen Translocator zu machen, der dann den Replicator damit bestückt. Gut, aber das können wir anders machen, da können wir einfach jeweils zwei hinsetzen und dann nehmen wir hier einmal so die Verbindungen raus. Die brauchen wir nicht, das haben wir von unten und ich habe keine Bücherregale mehr, mit denen ich das auffüllen kann. Aber ich habe hier einen Liquid Translocator, den können wir dann schon mal schwupp und schwupp und die Mitte reindrücken. Wenn der Zapfen da in der Mitte rauskommt, erhoben ist, erhaben ist, dann ist das ein Ausgang und wenn der nach innen zeigt, wenn der so eingesunken ist, dann ist es ein Eingang. Und dann müssen wir nochmal eben einen Liquid Translocator bauen, vielmehr zwei davon. So, mach mal so. Liquid Translocator, die sind nicht so schlimm. Oh, es gibt auch gleich zwei Prozge-Rezept, das ist natürlich praktisch. Ist eigentlich auch logisch, denn die braucht man eigentlich auch immer zu zweit. So, den Teil haben wir, dann müssen wir irgendwie das hier vielleicht noch, die Drum, die lassen wir nochmal weg. Aber in den DNA Extractor passt immer nur eine Drohne rein, die hat mal einen Slot hier. Das heißt, eine kann er verarbeiten und eine zweite kann man dann reinlegen und das ist ein bisschen wenig. Deswegen stecken wir da mal einen Hopper drauf und stellen einen Chest daneben. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das vielleicht auch... Nein, das machen wir so. Und dann brauche ich Fassaden und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fassaden mit Marble. Habe ich überhaupt noch nicht. Oh, das wird langsam knapp mit meinen Fassaden hier. Aber okay, wir haben hier unser AI-System direkt im Zugriff. Da können wir eigentlich problemlos dann gleich neue bauen. So, hier ist einmal dazu, dazu, da zu, wups, na, werde ich denn das treffen. Und das hier wollen wir auch alles zu haben. Und dann gehen wir wieder eine Etage höher und schnappen uns ein Buchshelf. Das sind die Pastelle, das müssten die hier sein. Ja, das können wir machen. Die nehmen wir und malen uns eine Fassade damit an. Dankeschön. Die kann ich eigentlich gleich in die Hotbar legen. Und dann stecken wir die dahin. Ja. Ja, okay, damit kann ich leben. Dann kommt hier natürlich auch wieder unser Labortisch drumherum. Hm, hm, hm. Der kommt da nicht drumherum, der kommt nur hier an den. Das sieht, glaube ich, besser aus. Wenn wir die da dran machen. Und so. Ja, das sieht besser aus. Dann hat jede Reihe, im Prinzip sind sie sehr symmetrisch gedacht, aber jede Reihe sieht anders aus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Fein. Den Teil haben wir erledigt. Dann kommen wir zu dem ganzen Kram hier. Da stehen ein Haufen Truhen, in denen überall, da sind ja Storage-Sets. Aber hier, das sind zum Beispiel die ganzen Produktionsbienen, die ich früher an Sporn benutzt habe. Und hier sind die ganzen Saplings von den diversen Baumsorten, die ich schon gezüchtet habe. Die müssten übrigens bleiben, wenn man auf Forestry 4 updatet. Und hier sind jede Menge Pollen. Die sind voll. Und ich habe am Sporn noch eine Truhe voll mit Pollen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss hier langsam mal anfangen. Hier sind ein Haufen Werkzeuge und die können eigentlich, das ist das falsche AI-System, die können wir eigentlich in ein Tool-Rack stecken. Machen wir uns mal zwei davon. Habe ich genügend Material für zwei? Ich habe. Sehr schön. Und das eine hängen wir an welche Wand? Hm, ich bin unentschlossen. Da hängen wir es hin. Und da kann eigentlich das ganze Zeugs rein, was ich jetzt auch so unterwegs eigentlich nicht mehr brauche. Der geht da nicht mehr rein. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber hier, der Scuperator MX200 Turbo, MX2000 Turbo, MX200. Denn ich habe mittlerweile fast alle Bienenspezies, wie ich schon mehrfach getont habe. Und den Grafter können wir da eigentlich auch dran hängen. Und dann nehmen wir einen so ein, so ein. Und dann ist das voll. Das heißt, ich brauche eigentlich in absehbarer Zeit nicht mehr unbedingt losziehen und mir Bienen holen. Oder da mit dem Grafter Setzlinge holen oder so. Das haben wir eigentlich alles. Und das heißt, ich muss hier eigentlich auch nicht mehr mitschlämpfen. Und das heißt, ich habe ein bisschen mehr Platz in meinen Taschen. Haben wir hier noch irgendwas, was da vielleicht in so ein Tool-Rack könnte? Hier ist noch ein Biolyzer, ein Trializer und die Databases, die gehen da aber nicht rein. Die können wir aber in Itemframes hängen. Das ist eigentlich Itemframes, müsste ich dabei haben. Da. So. Den hängen wir dann hier dahin. Und schwupp. Nein, du sollst da. Geht das nicht? Doch, geht. Wunderbar. Einmal so. Dann holen wir uns den Trializer. Und den Biolyzer habe ich schon. Das ist einmal die. Das hier ist die ApiRis Database. Das ist ein Verzeichnis von allen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Von allen Spezies, die man so hat. Und da kann man hier auf den untersten Reiter gehen. Und dann steht hier, ich habe 243 von 260. Mir fehlen also noch 17. Yay. Und dasselbe gibt es hier. Auch die ApiRis Database macht das für Bäume. Da habe ich... Ne. Hier steht tatsächlich keine... Doch, da. Breeder. 39 von 132. So viele Bäume habe ich noch nicht aufgezogen. Aber... Ja, da hängt ja immer noch das Forestry 4 Update irgendwie uns im Nacken. So, den machen wir da hin. Und die können eigentlich da bleiben. Dann hänge ich hier die beiden Datenbanken hier hin. Einmal die und einmal die. Und dann kann eigentlich dieses Tool Rack auch nach oben. Das ist auf dieser Höhe eigentlich blöde. Einmal so. Das ist... Es ist eigentlich einfach zu dick. Das ist, glaube ich, mein Problem damit. Im Vergleich zu den Item Frames. Ja. Das machen wir anders. Da nehmen wir auch einfach die Item Frames. Und hängen hier zwei hin. Dann sieht das im Vergleich zu dem anderen besser aus. Und dann kommen hier nur die elektrischen. Da ist der andere. Und einmal schwupp. Und dann kommen die Werkzeuge hier wieder in die Truhe. So. Und... Tool Racks brauchen wir dann irgendwie gar nicht. Hm. Fein. Maschinen haben wir soweit aufgebaut. Den haben wir noch nicht aufgebaut. Okay. Das ist der Analyzer. Den stellen wir... hier hin. Der braucht in dieser Version noch keine Energie. Doch. Braucht er doch. Ha. Schau mal einer an. Ähm. Der müsste eigentlich so gehen. Und... Dann nehmen wir den Tank Honig. Und den stellen wir dann hier drauf. Aber den möchte ich auch auf ein Tischchen stellen. Das heißt, wir brauchen... Wir brauchen ein Bookshelf. Und... Ich kann mal ein bisschen Platz machen. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Die Carpenters Blocks werde ich gleich brauchen. Das bedeutet, ich muss Fassaden machen. Die müssten aber eigentlich... Oh ja. Das ist nur Conduit Binder. Da kann ich mir einfach mal ein Stack nehmen. So viel haben wir da. Und dann müssen wir uns unser Bookshelf nehmen. Und dem ein bisschen anderes Aussehen geben. Denn das normale Bookshelf ist ein bisschen langweilig im Vergleich. Necromancer's Apprentice. Hm. Abandoned auch nicht. Horder. Historian. Gucken wir mal, wie Historian aussieht. Einmal die Fassade anmalen. Hm. Da hätte ich noch einmal die langweiligen Pastellbücher drin gehabt. Waren sie doch... Ja. Boring Pastel Books. Und Fassaden. Schauen wir mal, wie dieses aussieht. Und dann brauchen wir hier einmal ein bisschen Strom nach oben. Ja. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Das sieht blöd aus. Ich möchte dich eigentlich... So. In dieser Richtung. Hm. So. Dann ist hier die silberne Seite. Das sieht ein bisschen wie ein Bedienfeld aus. Das sieht auch ein bisschen... Na gut. Der ist asymmetrisch. Den lassen wir so rumstehen. Und der braucht jetzt natürlich noch Honig. Und den stellen wir ganz plump oben drauf. Und dann hauen wir da einmal mit dem Crestian Hammer drauf. Ponk. Und dann müsste hier eigentlich der Honig voll sein. Ja. Wunderbar. Strom hat er auch. Und er sagt, er hat nichts zu analysieren. Das ist okay. Das braucht er im Moment jetzt auch nicht. Und das war das Horder Bookshelf. Das stellen wir gleich direkt daneben nochmal. Mal. Dieses war's. Nein, war's nicht. Aber das ist okay. Wenn die ein bisschen unterschiedlich sind. Was war denn? Hm. Zeig dir mir jetzt nicht an, welches das ist. Weil das eine Fassade ist. Und kein normales Bookshelf. Okay. Das ist aber in Ordnung. Das sieht ein bisschen nach Werkzeug und so weiter aus. Was wir dann da drin haben. Und dann muss hier natürlich noch einmal die... Labortisch Simulation drauf. Ist das der Richtige? Ja, das war der Richtige. Es ist mit diesen... Metal Strips, mit diesen Eisen Strips nicht so einfach zu sehen. Da dran. Ah, geht nicht, weil hier die Lampe auf dem Boden ist. Dann nehmen wir die mal eben weg. So. Und hier. Da einen auf die Ecke. Das war die falsche Ecke. Komm her. Hier auf die... Da. Und... Einmal diese Ecke. Und dann ist der Tisch soweit fertig. Da muss nur noch ein Tischdeckchen drauf. Schwupp. Nein. Hm. Jetzt überlege ich fast, ob ich den nicht doch lieber... Ich glaube, durch diese Tür werde ich öfter reinkommen als durch die anderen. Und ich glaube, so rum gucke ich da eher drauf. Denn während er die analysiert, schwebt die Biene hier so in der Mitte. Ich glaube, das gefällt mir dann so besser, als wenn ich von der Schmalseite hier drauf gucken müsste. Den lassen wir so rumstehen. Das machen wir so. Fein, fein. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Boden zumachen und mir Plätze für meine ME-Drives suchen. Und ansonsten ist unser Bienenlabor jetzt eine ganze Ecke fertiger, als es vorher war. Und es sieht so aus, als ob man hier tatsächlich halbwegs produktiv arbeiten kann. Ich glaube, das war eine gute Maßnahme, das heute zu machen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf. Ik Ich Vielen Dank.